Der Prolog von Orit vom 30. Juli Gedenken Die heiligen Apostel Silas, Silvanus, Christians, Epenethos und Andronikos werden zu den 70 Aposteln gezählt. Der heilige Silas wurde von Jerusalem mit Paulus und Barnabas nach Antiochia gesandt, um den Streit zwischen den dortigen Gläubigen bezüglich der Beschneidung zu schlichten, und zwar, dass es nicht nötig sei, die Heiden, die sich zum Christentum bekehrten, zu beschneiden. Da beschlossen die Apostel und die Ältesten, zusammen mit der ganzen Gemeinde, Männer aus ihrer Mitte auszuwählen und sie zusammen mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden, nämlich Judas, genannt Barnabas, und Silas, führende Männer unter den Brüdern. Apostelgeschichte 15, Vers 22 Danach reiste Silas zusammen mit Paulus durch Asien und Makedonien und wurde zum Bischof und Korinth ernannt, wo er in Frieden starb. Der heilige Silvanus war ein Mitarbeiter der beiden führenden Apostel. Durch Silvanus, den treuen Bruder Silvanus, habe ich euch kurz geschrieben. Ich habe euch ermahnt und habe bezeugt, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. 1. Petrus 5, Vers 2 Denn Gottes Sohn Jesus Christus, der euch durch uns verkündet wurde, durch mich, Silvanus und Timotheus, ist nicht als Ja und Nein zugleich gekommen. In ihm ist das Ja verwirklicht. 2. Korinther 1, Vers 19 Als Bischof von Thessaloniki arbeitete Silvanus viel und litt viel, bis er schließlich dieses irdische Leben um des himmlischen Lebens willen eintauschte. Der heilige Kresschens war ein Begleiter des Apostels Paulus und nach diesem Bischof in Galatien und Missionar in Galien, wo er den Märtyrer-Tod um Christi willen unter Trajan erlitt. Denn Demas hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen und ist nach Thessaloniki gezogen. Kresschens nach Galatien, Titus nach Dalmatien. 2. Timotheus 4, Vers 10 Der heilige Epenethos wird vom Apostel Paulus erwähnt. Er war Bischof in Carthago. Grüßt meinen lieben Epenethos, der die Erstlingsgabe der Provinz Asien für Christus ist. Römer 16, Vers 5 Der heilige Andronikos, der Bischof von Pannonia, wird am 17. Mai eigens kommemoriert. Grüßt Andronikos und Junia, meine Stammverwandten, die schon vor mir in Christus gewesen sind. Römer 16, Vers 7 Der heilige Hieromärtyrer Valentin Valentin war der Bischof der italienischen Stadt Interamna. Er heilte den Bruder des römischen Tribuns Frontanus von einer Krankheit. Als Cherimon, der Sohn des bekannten Philosophen Kraton, krank wurde, rief Kraton auf Frontanusrat Bischof Valentin nach Rom. Cherimon war völlig verkrüppelt, sodass sein Kopf zwischen die Knie gebeugt war. Valentin schloss sich in einem Raum mit Cherimon ein und verbrachte die ganze Nacht im Gebet. Am folgenden Tag führte er Cherimon völlig geheilt heraus und übergab ihn seinem Vater. Da ließ sich Kraton mit seinem ganzen Haus und drei von seinen Schülern taufen. Cherimon verließ das Haus seines Vaters und folgte Valentin. Zu jener Zeit wurde auch Abundius getauft, der Sohn des römischen Stadthalters. Der Stadthalter darüber erzürnt, verhaftete Valentin und nach vielen Matern wurde er enthauptet. Ebenfalls enthauptet wurden zur gleichen Zeit Kratons drei Schüler, Proklus, Abibus und Apollonius. Ihre Körper wurden von Abundius mitgenommen und unter Ehren begraben. Sie erlitten das Martyrium im Jahr 773 und wurden zu Bewohnern des himmlischen Königreichs. Der heilige Hieromärtyrer Polychronius, Bischof von Babylon Als Kaiser Dezios Babylon einnahm, nahm er Polychronius mit drei Priestern, zwei Diakonen und zwei getauften Fürsten namens Eudin und Senes gefangen. Polychronius wollte vor dem Kaiser nicht antworten und schwieg, während der heilige Parmenius der Priester im Namen Allah sprach. Der Kaiser nahm den Bischof und die Priester mit nach Persien in die Stadt Cordoba und dort wurden sie enthauptet. Die Fürsten Eudin und Senes wurden mitgenommen nach Rom und dort wurden sie zuerst den wilden Tieren vorgeworfen und danach enthauptet. Sie alle litten ehrenvoll im Jahr 251. Der heilige Johannes der Soldat Johannes war insgeheim Christ. Er wurde von Kaiser Julian, dem Apostaten, ausgesandt, Christen zu töten, doch er tötete sie nicht, sondern half ihnen stattdessen, sich zu verstecken. Julian warf ihn in Konstantinopel ins Gefängnis. Als der boshafte Kaiser Julian getötet wurde, übergab sich Johannes der Askese und führte ein Leben in Reinheit und Heiligkeit. Er starb in Frieden in hohem Alter. Nach seinem Tod erschien er einigen, die der Hilfe bedurften. Gebete, die an den heiligen Johannes gerichtet werden, helfen Räuber ausfindig zu machen. Die gottgeweihte Mutter Angelina war eine serbische Fürstin. Ihre Reliquien ruhen im Kloster Krusedol. Gedenken am 12. Dezember. Lobeshymne Der heilige Polichronios Der heidnische Herrscher, der schreckliche Kaiser Dezios, schrie voller Wut. O Polichronios, warum ehrst du greißen nicht die römischen Götter? Dem kaiserlichen Befehl, warum gehorchst du ihm nicht? Doch der Heilige blieb still, nichts sprach er. Erneut fragte ihn der Kaiser, doch der Heilige sprach nicht. Dieser Mann ist stumm, schloss Dezios daraus. Unser Vater ist nicht stumm, sagte Parmenius. Er will nur nicht sprechen, sondern hält seine Lippen rein. Er hält seine Lippen rein, dem Gebot Christi gemäß. Werft eure Perlen nicht den Schweinen vor. Gebt das Heilige nicht den Hunden. Der Heilige bewahrt die Perle, bewahrt sie in sich selbst, um seinen Mund nicht zu beschmutzen, wenn er mit dir spricht. Dezios, Wut entbrannt wie nie zuvor in seinem Leben, befahl Parmenius, die Zunge abzuschneiden. Sie schnitten seine Zunge ab, doch was bedeutete das für ihn? Des heiligen Stimme wurde nur noch schöner und stärker. So kämpft der Herr für seine eifrigen Knechte, bewahrt sie vor Schande und dem Spott der Menschen. Betrachtung Es ist notwendig, zwischen dem Sünder und dem reuigen Sünder den Büßer zu unterscheiden. Wenn es deine Gewohnheit ist, Sünder zu verurteilen, sieh zu, dass du nicht einen Büßer verurteilst. Wie sehr Gott einen reuigen Sünder liebt, er sieht man aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. So möge auch er dir lieb sein, den Gott liebt. Es geschah einmal, dass ein Mönch in eine Sünde fiel und deswegen des Klosters verwiesen wurde. Der Mönch ging zum heiligen Antonius, beichtete seine Sünde, bereute sie und blieb einige Zeit bei ihm. Dann schickte ihn der heilige Antonius in sein Kloster zurück, doch sie nahmen ihn nicht auf und warfen ihn erneut heraus. Der reuige Sünder ging wieder zum heiligen Antonius. Der heilige Antonius schickte ihn wieder zum Kloster zurück mit der folgenden Botschaft an die Väter. Ein Schiff erlitt Schiffbruch und verlor seine Fracht. Nur unter großen Schwierigkeiten kehrte es in den Hafen zurück und ihr wollt nun versenken, was vor dem Versinken gerettet wurde. Als die Väter diese weise Botschaft vernahmen, empfingen sie ihren reuigen Bruder mit Freude im Kloster. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über Gideons wundersamen Sieg über die Midianiter. Richter 7 Wie Gideon 32.000 Soldaten auswählte und gegen Midian in den Kampf zog. Wie der Herr ihn anwies, diese Zahl zu verringern, damit sich die Israeliten nicht damit rühmen konnten, es sei eher ihr Sieg als der Sieg Gottes gewesen. Wie Gott nur 300 Soldaten nahm und die Midianiter besiegte, deren Menge einem Heuschreckenschwarm glich. Homilie Über das Kommen des furchtbaren Tages des Herrn Der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann wird der Himmel prasselnd vergehen, die Elemente werden verbrannt und aufgelöst, die Erde und alles, was auf ihr ist, werden nicht mehr gefunden. 2. Petrus 3, Vers 10 Der Tag des Herrn ist schrecklich. O wie unaussprechlich furchterregend ist er! Er ist schrecklich wegen seiner unerbitterlichen Gerechtigkeit und weil er unerwartet hereinbricht. Der Herr selbst befahl, wacht, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde. Matthäus 25, Vers 13 Und der Apostel, der diese Worte von seinen Lippen vernahm, wiederholt sie. Wer die befürchtet, wacht jede Nacht, damit nicht ein Räuber ohne Vorwarnung eindringt. Wer den Tag des Herrn fürchtet, wacht jeden Tag und jede Stunde, ob nicht der Tag und die Stunde ohne Vorwarnung anbrechen und ihn in der Sünde antreffen. Wir sind so sehr an den gewöhnlichen Ablauf der Zeit gewöhnt, an den gewohnten Fluss der Tage und Nächte, dass wir den nahenden Donner jenes Tages nicht erwarten, der alle anderen Tage überschatten und das Rad der Zeit anhalten, seine Speichen brechen wird. Und wenn sich die Kerze über Millionen Wachskerzen erhebt, dann verblasst deren Licht und das Wachs schmilzt, und so wird es sein. Furchterregend jenseits aller Worte ist der Tag des Herrn. Wenn der Tag sein brennendes Antlitz über den Kerzen unserer gegenwärtigen Tage erhebt, dann werden diese verblassen und ausgeblasen werden. Die Himmel, gemäß derer unsere jetzigen Tage gezählt werden, werden prasselnd vergehen und die Elemente werden verbrannt und aufgelöst. Die materiellen Elemente, Erde, Wasser, Luft und Feuer werden zergehen und nichts wird bleiben. Alles wird neu sein. Unser irdisches Dasein und all seine Werke werden verbrannt und nichts wird bleiben. Alles wird neu. Und wenn Gott nicht über seine Werke trauert, warum sollten wir über unsere trauern? Gott wird nicht die Werke suchen, sondern jene, die sie vollbracht haben. Alle, die Werke getan haben, werden vor Gottes Gericht erscheinen und ihre Werke wird er verbrennen. Und alle werden neu sein. Wer verurteilt wird, ist verurteilt und wer belohnt wird, ist belohnt für alle Ewigkeit. Der Tag des Herrn, meine Brüder, ist wahrhaft furchterregend. Schrecklich, weil er nicht erwartet wird und furchtbar wegen der unerbitterlichen Gerechtigkeit Gottes. O gerechter Herr, mach uns nüchtern und wachsam. Sende uns deine heiligen Engel, damit sie uns in Nüchternheit und Wachsamkeit bewahren und uns nicht die Sünde vergiftet und in den Schlaf versetzt. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin.